Lektion 288 Lass mich heute meines Bruders Vergangenheit vergessen. Dies ist der Gedanke, der mich zu dir führt und an mein Ziel bringt. Ich kann nicht ohne meinen Bruder zu dir kommen. Und um meine Quelle zu erkennen, muss ich zuerst begreifen, was du als Eins mit mir erschaffen hast. Es ist des Bruders Hand, die mich zu dir führt. Seine Sünden sind in der Vergangenheit zugleich mit meinen. Und ich bin erlöst, weil die Vergangenheit vergangen ist. Lass sie nicht in meinem Herzen lieb und teuer sein. Sonst werde ich den Weg verlieren, um zu dir zu gehen. Mein Bruder ist mein Erlöser. Lass mich nicht den Erlöser angreifen, den du mir gegeben hast. Lass mich ihn vielmehr ehren, der deinen Namen trägt, und mich so erinnern, dass es mein eigener ist. Vergib mir also heute, und du wirst erkennen, dass du mir vergeben hast. Er kann nicht weniger heilig sein als ich, und du kannst nicht heiliger sein als er. Lass mich heute meines Bruders Vergangenheit vergessen. Lass mich heute, und du wirst erinnern, dass du mir vergeben hast. Lass mich heute, und du wirst erinnern, dass du mir vergeben hast.